Hallo und herzlich willkommen zu unserem Update von den US-Touren. Wir berichten heute aus Singapur, wo die Damen der LPGA-Tour weilten und Sophia Popov einmal mehr vorn mit dabei war. Zudem ging Bernhard Langer auf der PGA-Tour Champions an den Start und auch auf der Conferry-Tour gab es zweifache deutsche Beteiligung. Wie sie sich alle geschlagen haben, erfahrt ihr gleich. Erstmal schauen wir auf die PGA-Tour. Sam Burns holt bei der Velspa Championship seinen ersten Titel auf der PGA-Tour. Drei Mal ging er diese Saison schon als Führender in die Finalrunde, bisher brachte er es aber nie zu Ende. Die vertanen Chancen, die ich nicht in Siege ummünzen konnte, haben mich auf diesen Moment vorbereitet, freute sich Burns diesmal umso mehr. Übrigens durften die Spieler diese Woche bestimmen, was auf den Bibs der Caddies steht. Kommen wir zur LPGA-Tour. Hier stand für Sophia Popov und Caroline Masson nicht weniger als die Women's World Championship in Singapur auf dem Programm. Es gewann die Südkoreanerin Jojo Kim nach einer fantastischen Finalrunde vor der Australierin Hannah Green. Den dritten Rang teilen sich drei Spielerinnen. Sophia Popov lag nach der Auftaktrunde auch dank dieses Birdies auf dem geteilten dritten Rang. Im Verlauf des Turniers verlor die British Open-Siegerin etwas an Boden, ging aber noch unter den Top Ten auf die Finalrunde. Nach einer Zwei-Über am Sonntag belegte sie schlussendlich Rang 17 und sprach anschließend von einer weiteren soliden Woche. Caro Masson erwischte keinen guten Finaltag und fiel auf den geteilten 46. Rang zurück. Anhaltender Regen machte den Start des Inspirity Invitational vor Samstagnachmittag unmöglich und so musste das Turnier auf zwei Runden verkürzt werden. Für Mike Weir, der seinen ersten Sieg auf der Champions Tour einfährt, kein Problem. Er gewinnt vor John Daly, der ein Stechen nach einem Schlag ins Wasser auf der 18 verpasste. Bernhard Langer wird starker Fünfter. Auch auf der Conferry-Tour wurde Golf gespielt. Schauen wir uns auch hier die Ergebnisse an. Paul Barjon gewinnt die Huntsville Championship in einem Dreimannstechen am dritten Extraloch. Max Rottloff und Stefan Jäger verpassten den Cut, Jäger bleibt aber führender der Saisonwertung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017